Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich nicht allein, sondern ich habe die Janina dabei. Hi! Und heute haben wir eigentlich erst von heute geplant, dass wir dieses Video für morgen, also in eurem Fall heute, vorproduzieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit einem Korgummi an. Ja. Wollt ihr auch schnell einen draus aus deiner Schachtel? Ja, und dann nimmt sich auch eine roten Raus. Ach ja, und die Sonne ist ein bisschen komisch. Es ist gerade mal wieder, keine Ahnung wie viel Uhr, und es ist mal wieder sehr heiß und es sind gleich in uns die Sonne miss. Okay, Prost. Prost. Drei, zwei, eins. Mh, einfach nur lecker. Schmeckt immer ganz gut. Als nächstes nehmen wir... Sendershocks. Sendershocks. Also, ihr habt den hier. Das ist... Habe ich noch nie gegessen. Was ist denn das? Wenn ihr den Sendershock kennt, dann... Schreibt es unten in die Kommentare. Da wird nur ein paar Sekunden. Drückt jetzt auf Pause und schreibt es unten in die Kommentare. Soll ich nicht schlafen? Das sieht ein bisschen aus wie ein Penis. Wah! Und das hier sieht eher aus wie ein Gehirn. Ja, ne? Der rote Kaugummi. So Leute, hier ist das Sendershock. Das ist einfach super. Das ist Cola-Geschmack bei mir. Ich bin einfach so weich. Ich bin übelst weich, wenn man nicht... Also ich habe hier, ähm, Skull. Ja, Skull. Und ich habe Cola. Okay, Prost. Hey! Eine Schwebebine oder was auch immer es sein soll. Ich hätte fast meine Kaugummis aufgegessen. Die du schon abge... Die du schon gekauft hast. Egal. Ist mir doch runtergefallen. Wieder ganz entspannt. Was heißt wieder? Ja. Ganz entspannt. Ja. Und jetzt zum Nachdenken? Ah, lecker. Schaut mal. So sieht es beim Florian aus. So? Du solltest mich eher Kaugummi. 44 2.0 nennen. Ja. Du wär egal. Warum? Sankt. Und so sieht es bei mir aus. Das ist ein komischer Unterschied. Weil bei mir liegen die einfach gar nicht einfach so voll komisch. So nicht auf einem Batzen. Bei mir liegen sie einfach direkt auf einem Batzen. Ja. So Leute. ist nicht das hier Nutella and Go. Nein. Das machen wir danach. Okay. Gut. Es kommt was. Es kam noch ein Teller drin. So viele Aufnahmeversuche hatten wir jetzt schon. Ja. Ja. Der Finger ist auch schon mal schön. So Leute. Prost. 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 Da ist eine Fliege am Fressen. Von diesem Scheiß Teil. Was. Wo du in der letzten Aufnahme draufgestiegen bist. Ja. Aus Versehen da. Es ist mir runtergefallen und ich bin aus Versehen draufgestiegen. Habe ich die Brause gegessen und das einfach weggeschmissen. Die Tabatt hat eben noch eine. Fliege drauf. Fliege drauf. Genau. Fressen. Ich habe nur noch 10% Akku, Digga. Wir müssen uns jetzt beeilen. okay noch mal einen, das ist so lecker eins, 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 eins hat er übrigens auch hier oder Flo sich auch noch gekauft den probier ich jetzt auch ich hab Durst oh fuck, mir leid was ist meine tausend Kaugummis zu einem? tausend Kaugummis? okay, drei Kaugummis zu einem Kaugummis vier Kaugummis drei dann drei einen hast du weggeschmissen das war der vierte alter wie der aussieht ja, den probier ich und schmeckt da? das schmeckt voll geil echt? den kann man nicht kauen stell dir vor der schmeckt voll geil ich muss gleich zwei neue Kaugummis reintun einmal lila einmal gret so lecker ja und Leute ich würde sagen wenn euch das Video gefallen hat lasst ein Daumen hoch und ein Abo da würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Video Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.